Wir sind in Kloomy Forest unterhalb von Ruman Valley. Wir haben jetzt hier schon ein paar Quests und starten dann damit natürlich. Wir müssen hier ein paar Mushrooms pflücken. Zack, ist soweit hier die Quest fertig. Auch hier unten weg, ist eigentlich egal wie rum wir damit anfangen, müssen sowieso alles machen. Mal wieder ein bisschen. Und wir sind wieder in den Fallen. Ein bisschen weniger Damage. Ich bin interessiert auch schon. Wir gehen nach hier oben weg. Geben erst mal die Guilden-Quests ab, die haben wir gerade hier in 8. Da fehlt noch. Wir sind jetzt in der Insider-Gruiser. Unser Transportmittel zwischen den ganzen Caps, beziehungsweise den Level-Gebieten dazu. Wie auch eben schon gesagt, benutzt es eigentlich sehr selten. Weil es kostet relativ viel Geld, auch wenn man da mal in 1-2 Minuten hingerannt ist. Geld ist alles hier in dem Game. Wir gehen jetzt zu Cruisern. Wir gehen jetzt zu Cruisern. Wir gehen jetzt an alle. So. Guck mal. Das ist ein besseres. Nein. Backdroppen. Guck. Guck. Dann gehen wir direkt wieder ins Level-Gebiet. Im Level-Gebiet stehen natürlich die Kosten von da aus, wo man fliegt. Manche Gebiete sind kostenfrei zum Teleportieren. Bis zu 1,5 Gold ist glaube ich das meiste. Verkaufen jetzt erstmal alles. Wir müssen hier oben noch eine Quest abgeben. Ja. Die können wir nicht haben. Weg damit. Verkaufen jetzt. Dann könnte ich jetzt zwar auch mittlerweile zwischendrin. Aber... Geht's. Ach. Zwei. 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 So wir geben jetzt die Quest erstmal ab. Wir sind auch gleich Level 10 schon, dann können wir nämlich unsere andere Seku auch anziehen, was noch im Inventar rumliegt. So erstmal das annehmen und dann ab geht die Party. So, hier müssen wir gerade nix machen. So, welcome to Level 10. Wir haben wieder ein paar neue Quests bekommen. Und die machen wir jetzt auch gleich. Wir haben auch neue Skills bekommen. Und zwar den da. Müssen wir aber jetzt gleich auch erstmal angucken. Und wir können jetzt auch skillen. Ja, zu den Skills müssen wir erstmal schauen, was es alles gibt. Ich fange jetzt erstmal mit der HP Increase an, weil wir leben ist immer gut. Ihr könnt erstmal so weit skillen, wie ihr wollt. Denn mit Level 40 könnt ihr dann einfach neu skillen und dann habt ihr den ganzen Kram. Wie ihr es benötigt könnt ihr dann entweder auf PvE skillen oder auf PvP. Kippt beide Varianten oder man macht so eine Hybrid Variante, wie es für euch eben am besten passt. So, machen wir mal hier die Pflänzchen. Und nebenbei gucken wir mal Aim Shot. Okay. Der Aim Shot ist Stunt. Also, die Pflänzchen für ein paar Sekunden. Wir müssen wir mal testen. Und knockt sie back. Oder knockt sie um. So, wir geben die Quests mal wieder alle ab. Gucken, ob wir was Neues, Schönes bekommen haben. Die kommen aber weit mit nach hier vorn. Ist mal der Fall. Das ist so weit mitlaufen. Das mal die Quests so weit alle abgeben. So, was wir jetzt als nächstes machen, ist ganz klar. Wir werden jetzt erstmal schon, welches, welche Q-Teile wir verwenden wollen. Oh, besser. Oh, besser. Das ist. Das ist. Das ist. So, jetzt können wir überlegen, wir haben zweimal den Bogen gehabt und jetzt überlegen, welcher Bogen ist davon besser. Der eine hat HP absorbieren, also Lifestyle könnte man dazu auch sagen. Ich gehe da eher auf den Lifestyle-Teil und hier bei der Riffle, da haben wir Crit dabei. Da bleiben wir auch bei der, die ich als erstes angelegt habe. Wir geben jetzt erstmal hier die Quest noch ab. Die Quest kommt später. So, also fehlen uns drei Items eigentlich nur. Sniper und Joa. Wir müssen jetzt hier einen Party Skill verwenden. Ist aber anfangs doch relativ schwierig, weil man doch viel alleine levelt. Von daher kann man den auch ein bisschen später machen. Oder sobald man dann eben in die Dungeons Level 25 geht. In die 500 Haramen. So. 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 Ich glaube genau, es hilft, wenn ich da nur mit anhitte. Wir gehen jetzt schnell noch unsere Items verkaufen. Wo müssen wir das Ding abgeben? In der Hauptstadt, da teleportieren wir dann einfach jetzt gleich hin. Nachdem wir unsere Items verkauft haben. Und dann gehen wir wieder mit dem TP nach vorne. So, zack. Lass mal ein bisschen drauf. Dann backporten. Backporten. Und dann gehen wir wieder mit dem TP nach vorne. Und dann gehen wir wieder mit dem TP nach vorne. Wir haben als QS-Gegenstand einen neuen Ring bekommen. Ich werde jetzt gleich erstmal schauen, ob der besser ist. Wir sollen jetzt die Reinforcement verwenden. Da gehen wir wieder auf. Was benutze ich denn so mit am... Eigentlich die Cannon. Reinforcement heißt einfach das Item upgraden. Um da drauf jetzt, wenn es funktioniert, Plus 1 zu bekommen und eben mehr Damage auszurichten. So. Halt ihn wieder an. Und fertig. West. So. Wir haben jetzt noch ein paar andere Quest. Die werden wir jetzt noch schnell alle erledigen. Währenddessen ich hier da hinreite. Gucken wir mal, ob der Ring irgendwie besser ist. Der ist auf jeden Fall besser als der. Ein Problem gibt es hier bei der ganzen Sache. Bei dem Items vergleichen, besonders bei Ringen und Ohrringen. Er vergleicht immer nur mit einem Ring. Deswegen ziehe ich immer einen aus. Sodass der dann immer mit dem einen verknüpft wird. So. Und dann können wir den nämlich hier kaufen. So. Wir kommen zu Level 10. Äh, 11. Entschuldigung. Und wir haben wieder einen neuen Skill bekommen. Und zwar schnelles Laufen. Könnte man dazu sagen. Wir haben wieder einen Skillpunkt bekommen. Zu den Skills überlege ich mir dann später was. Wie ich den am besten skillen werde. So. Wir gehen zurück in Gloomy Forest. Gucken wir mal. Da unten müssen wir die Questklinge abgeben. Können wir erst den Rest von den Quests ziehen. So. Wir haben jetzt auch schon neue Gildenquests bekommen. Die können wir dann aber erst ab morgen machen. dann wem ziehen. Dann wir ziehen. Das war's. So, und wir gehen jetzt erstmal nach hier unten, füllen unser Leben wieder auf, gucken, welche Achievements haben wir. Oh, die geben sogar ein Gold, das ist natürlich sehr schön. Dann kommt mal wieder einen schönen Boost in die Kasse. Wir schauen jetzt noch schnell nach den Titeln, denn da war ein blauer Titel dabei. Der ist ein wenig besser als die leicht grünen Titel. So, ansonsten wollte ich jetzt nicht anklicken. Inventar, E-Mail, da, danke. Okay, dann erstellen wir uns. Wir machen jetzt hier oben noch die Quests schnell fertig. Und dann dürfte es auch für diese Map schon gewesen sein. Und dann gehen wir zur nächsten Level-Quest-Area. Oh, blööö. Oh, blöö. Untertitelung. BR 2018 Wie ihr seht, die machen wir dann auch schon ein ganz eck mehr Damage als eben die Dungeons. Deswegen muss ich hier ein bisschen mehr aufpassen. Und ich sehe gerade, ich habe keinen Live-Pod mehr in der Leiste. Deswegen immer mal ein bisschen aufpassen, dass da irgendwie sowas passiert. Und ihr seid mitten im Fight gerade. Ich habe gar kein Live-Pod mehr dabei. Okay. Ja, vorne eine Höhe runter zu schießen geht natürlich nicht. Der schießt immer nur geradeaus. Deswegen müsst ihr da auch ein wenig aufpassen. Nicht, dass ihr da eure Mega-Skills verballert und die gehen einfach in die Luft. Wir haben da in der Ecke fest. Wir müssen jetzt hier die Kinder befreien in der Dungeon, damit die wieder zumutigen können. Die Kinder befreien in der Dungeon. Ja. traveling in der Dungeon. Ja. 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 Da. Ja. 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 Ihr seht, wenn ich jetzt mehrere Kills auf einmal mache, Killing Strikes, bekomme ich einen Laufboost, weil ich jetzt viel mehr Monster killen kann. Und bei einer gewissen Anzahl an Kills bekomme ich auch den Boost, den wir hier bei den Skills hier unten haben. Wander HP Increase oder LP Increase. Was? 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 Was ist jetzt fast beim Boss angelangt? Oh, okay. Und den Bosser können wir in der Regel nie stunnen, so können wir es am besten ausdrücken. Die sind dagegen in der Regel immer resistent. Deswegen versucht es gar nicht, das Mana dafür rauszupulvern. Und der hat mich getauntet. Die HP hat er noch 3% Leben. Jetzt hat er gar nichts mehr. So, hier gibt es die drin soweit links mehr. Daher können wir wieder rausgehen. So, wir bringen erstmal unser Leben auf. Wir brauchen jetzt eigentlich einen Party-Skill noch. Aber soweit gibt es jetzt hier keine Quests mehr in dieser Quest-Area. Und dann gehen wir weiter zur nächsten Quest-Area. So, willkommen dann in Lost City. Wir sind durch Runa Valley durchgekommen. Und kommen jetzt in das nächste große Level wie Lost City. Und da sind wir jetzt in einem Unterpunkt Qual. Und da geht es dann mit dem nächsten Video weiter. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao, bye, bye.